Lind Bennett bei SWR 4 und die Fasnacht in Mainz, die lebt ja von ihren Garten. Tolle Uniformen und natürlich die Musiker dann dazu in den Umzügen. Das gehört einfach so zur Mainzer Fasnacht wie Fleischwurst und Wein. Die größte Garde in Mainz, das ist die Fusiliergarde, die hat so rund 800 Mitglieder, aus Gonsenheim sind die. 400 davon wollen am Sonntag bei der traditionellen Parade der Garten in Mainz mitlaufen. Das ist dann auch immer ein ganz, ganz tolles Bild. Und die kleinste Mainzer Garde, die ist dann auch mit dabei. Und zwar mit nur einem Mann. Verrückt. Eine Garde mit nur einem Gardisten. SWR 4 Reporterin Sabine Statzen hat ihn mal besucht. Bernd Frank heißt der Mann, der als Mainzer Jägergarde in der Landeshauptstadt aufmarschiert. Jägergarde, das Thema, hat ihm sein Hobby vorgegeben. Er sammelt alles zum Thema Jägermeister. Alles, worauf man das Logo des Kräuterlikörs je gedruckt hat, so scheint es, ist in seinem Besitz. Flaschen, Teller, Aschenbecher, Fahnen, sogar Strumpfbänder und Ohrringe. Ich bin selber Grafiker und eben in der Werbung tätig und Jägermeister hat eine ganz interessante Werbegeschichte. Früher Rentnergetränk, sage ich jetzt mal, heute Szenegetränk. Und so kam es, dass das Zeichen mit dem Hirsch ihn auch in der Fasnacht begleiten sollte. Erst auf einem orangenen Overall mit vielen Jägermeisterabzeichen, dann wurde er professioneller. Ich habe dann irgendwann mal mir eine Feuerwehruniform umgestaltet, so eine Jägermeisteruniform. Habe mich dann schon so als Garde bezeichnet, hat aber irgendwie keiner so richtig geschnallt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt müssen wir das noch ein bisschen professionalisieren. Und habe mir dann eben diese Uniform machen lassen. Die Uniform hat keine historische Vorlage. Sie sieht aus wie Militäruniformen aus dem 18. Jahrhundert. Nur, diese ist orange-schwarz und hat einen großen Jägermeister-Schriftzug. Direkt nach der Gründung seiner Garde 2014 verhängte Frank einen Aufnahmestopp. Das war nie als Massenveranstaltung geplant. Ich finde das mit dem Garten sehr schön, aber ich bin nicht der Typ, der jetzt da hingeht und sagt, so ich schließe mich jetzt in der Garde an und bin da einer von vielen, sondern ich mache da lieber gerne mein eigenes Ding. Mit seiner Körpergröße von 2,04 Meter wird der Jägergardist nirgendwo übersehen. Stolz trägt er seine orangene Fahne, darauf ein Hirschgeweih mit Narrenkappe. Ich habe am Anfang gedacht, das wird auch ein bisschen böses Blut geben zwischen den bestehenden Garten, so unter dem Motto, was will denn der einzelne Kasper da mit seiner Ein-Mann-Veranstaltung. Aber das ist, und das finde ich sehr toll, sehr positiv aufgenommen worden. Also die anderen Garten haben da ziemlich viel Spaß eigentlich an der Geschichte, die ich da treibe. Und deshalb darf er auch vor und nach Fasnachtssitzungen mit anderen Garten eskortieren, also das Komitee begleiten, wenn es auf die Bühne geht und es wieder abholen. Einen eigenen Fasnachtsorden hat er übrigens auch, in diesem Jahr mit einem Motto zur Kampagne. Der Jäger zu der Fasenacht meisterlich nur Unsinn macht. Ja, einfach mal selbst eine Garde gründen, auch wenn man dann der einzige Gardist bleibt. Aber das geht auch in der Mainzer Fasnacht. SBF-Hier-Reporterin Sabine Statzner hat die Mainzer Jägergarde besucht, die kleinste Garde von Mainz mit nur einem Mitglied. SBF-Hier-Reporterin Sabine Statzner hat die Mainzer Jägergarde besucht,